Königseggerwalder Breu Königseggerwalder Breu Oberschwäbische Braukunst aus Königseggwald Herzlich Willkommen bei der Königseggerwalder Breu AG Begleiten Sie mich bei einem Wundhandel unserer Brauerei 1822 wurde die Brauerei gegründet Und bis heute finden wir diese Bierspezialitäten in den Gläsern vieler Bierliebhaber von Stuttgart bis zum Bodensee Heute ist die Königseggerwalder Breu eine angesehene Aktiengesellschaft mit Aktionären überwiegend aus Freunden der heimischen Braukunst Unsere Biere werden mit den besten Zutaten wie Gersten und Weizenmalz aus der Region gebraucht Eine besondere Würze verleiht uns unter anderem der sonnenverwöhnte Tettmanger Hoppen Unsere Mitarbeiter sorgen täglich für die höchste Pflege unserer Biere Für diese Bierqualität sind unsere Biere mehrfach mit dem goldenen DLG-Preis ausgezeichnet worden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Dies macht die Königsegger-Walterbräu zu einem Geheimtipp der ganzen oberschwäbischen Region. Bis zum nächsten Mal.